Mit Erfahrung, Kescher und Angel bewaffnet, ging es für die Kinder aus Hude und Umgebung an den Angelteich am Henniesweg. Dort konnten die 10- bis 14-Jährigen auf Forellenfang gehen. Seit 15 Jahren veranstaltet der Bürgerfeind Schwebeke die Ferienpassaktion. Zum ersten Mal waren auch mehrere Mädchen dabei. Keine Scheu zeigten sie beim Köderaussuchen. Sie warfen schwungvoll die Angel ins Wasser und setzten sich dann ans Ufer, um zu warten, zu warten auf den großen Fang. Untertitelung des ZDF für funk, 2017